Das ist aber schön, dass das geklappt hat. Das freut mich auch total. Hier. Danke. Na? Na? Das ist schön, dass wir uns endlich mal treffen. Oh, ihr seid ja auch da. Ach, wie lustig. Hallo. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe nicht nur einen besonderen Gast dabei, nämlich die Julia, sondern wir haben auch eine kleine Schüssel mit Anmachsprüchen. Ich habe gefragt, habt ihr irgendwelche interessanten Anmachsprüche, peinliche Anmachsprüche, lustige, irgendwas? Und ihr habt ganz viele eingesendet. Und die werden wir jetzt gleich durchgehen und bewerten, ob die gut sind oder nicht. Du kribbelst eher nicht so, kribbelst positiv, kribbelst negativ. Wenn du einen kribbelnden Bauch verspürst, das kann auch dünnig sein. Wird es warm, wird es kalt. Genau, will man kotzen. Alarm! Schön, es läuft. Gut, das passiert jetzt. Warte, ich hole eine andere. Jetzt haben wir es doch ein bisschen besser hier. Toll. Machen uns doch einfach mal ein bisschen gemütlich. Ja, machen wir uns einen schönen Abend. Hast du schon mal in so einem Setting gegessen? Also warst du wirklich mal in so einem Restaurant oder was auch immer? In so einem richtigen Sood, was sich so anfühlt. Wenn, dann lange her. Aber ich bin ja in einem Alter, wo man sich keine Mühe mehr gibt. Ach so, ist das so. Es ist immer schön, sich Mühe zu geben. Auch mit 40. Ich lese jetzt einfach mal diese Einsendung vor. Okay. Wäre ich eine Katze. Was? Ja, man kann sich doch mal vorstellen, wie es ist, auch so ein Tier zu sein. Also wäre ich eine Katze, dann würde ich alle neun Leben mit dir verbringen. Oh, ja das ist süß. Ja, das ist irgendwie cute. Haben Katzen neun Leben? Ich dachte sieben. Aber ich würde sogar neun, sogar mehr als die Katzen haben. Sogar mehr als Hoffmann. Das ist wirklich schön. Also wenn jemand das zu mir sagen würde, das fände ich sogar gar nicht cringe. Das fände ich süß. Ich habe auch eigentlich Schlimmeres erwartet, als ich hätte erwartet, dass da irgendwas Ekelhaftes kommt. Soll ich mal? Ja, mach gerne mal. Soll ich mal, dass was Ekelhaftes kommt? Ja, okay, das geht mehr in die Kategorie Ekelhaft. Bist du scheiße? Denn ich würde dich gerne lecken. Das geht eher in die Kategorie Ekelhaft. Das geht extrem in die Kategorie Ekelhaft. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Das ist scheiße lecker. Es geht um Kot lecken, Julia. Ja, das hat mich übersehen. Kann ich dir eigentlich Wein einschenken? Oh, sehr gerne. Weißt du, was das ist? Das ist ein 1875er Rosé à la Franche Hommage. Rosé? Cabernet Sauvignon Zollatz. Du hast es aber auch nicht sehr französisch ausgesprochen, muss ich sagen. Prost. Macht gar nichts. Das ist ein Schmack-O-Fatz. Toller Tropfen. Oh, ich hasse Rundbein. Zu Vino sage ich Nino. Als Naul. Dann möchte ich dir noch etwas sagen. Was möchtest du mir sagen? Ich habe gewartet auf diesen Moment, weil ich bin kein Astronaut. Okay, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du wärst einer. Nein, ich bin kein Astronaut. Aber ich möchte trotzdem gerne dein schwarzes Loch erkunden. Vollwichser, Pissawichser und Spacko. Ich finde es halt geil. Mir gefällt das. Ich hatte erst kurz gehofft, dass jetzt so etwas wie Sterne vom Himmel holen oder so kommt. Schwarzes Loch klingt auch einfach nicht schön. Aber schwarzes Loch klingt auch sehr ausgeleiert. Das saugt so Sachen in sich rein. Das hat so ein Eigenleben. Ja, klingt aber auch einfach erst mal sehr groß. Und du kommst, wenn du einmal drin bist, kommst du nicht wieder raus. Das ist echt... Abtrennung. Also wenn du einmal eingedrungen bist, bleibst du für immer drin. Dann bleibst du für immer. Ich war da noch nie. Ich würde auch nicht hinwollen. Deswegen möchte ich nicht, dass du mein schwarzes Loch erkundest. Aber ich hingegen bin zwar kein Fahrrad, aber ich habe so einen krassen Ständer gerade. Ey, das freut mich. Das freut mich. Finde ich klasse, dass du auch so offen über deinen Ständer redest. Man kann es eh jetzt erblicken. Es ist halt auch ziemlich groß. Es ist massiv. Ihr seht es gerade auf der Kamera. Ich gucke halt auch raus. Wir tun da was Schwarzes drüber. Ich spreche den Elefanten im Raum einfach mal an. Elefant ist gut. Pferd könnte man auch sagen. Leute, lasst euch davon aber nicht einschüchtern. Es ist auch in Ordnung, wenn ihr was duschen könnt. Klein ist auch okay. Fünf Zentimeter sind Durchschnitt, ne? Sind doch... Ja? Ja. Dein Körper besteht zu 70 Prozent aus Wasser. Und Penis. Dein Körper besteht zu 30 Prozent aus Penis. Und 70 Prozent Wasser. Und ich bin sehr durstig. Ah. Nee, finde ich nicht so gut. Ich glaube, das kannst du besser. Okay. Okay. Julia, dein Körper besteht zu 70 Prozent aus Penis. Ja? Und ich mag Penis. Ich bin jetzt mal gespannt, was du mir zu sagen hast. Ich habe nämlich auch was zu sagen. Wieso hast du einen Keller? Ich habe einen Keller, ja. Aber bist du ein Keller? Ich bin kein Keller. Schade. Ich würde nämlich gerne ein paar Kinder in dich stecken. Oh mein Gott. Julia. Das habe ich nicht gesagt. Das hast du dir ausgedacht gerade. Das steht da wirklich. Zeig mal. Das steht da. Ich meine das nicht. Kann man in der Kamera nicht lesen. Ich finde dich einfach toll. Deine Augen sind schön. Hier steht was ganz anderes. Nein, das ist nicht. Okay. Jetzt kommt ein Intellektueller. Mal gucken, ob ich den verstehe. Ich und Grundgesetz, Paragraph 1, zweites Wort. Ist das euer verdammtes Ernst? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ah, ich würde. Ja. Du würdest. Ich würde. Was würdest du? Ich bin jetzt aufgeregt. Das hast du nicht durchgedacht. Aber du könntest so viele gute Sachen darauf sagen. Was würdest du darauf antworten? Ich frage dich jetzt, was würdest du? Ähm. In dein schwarzes Loch. Ich frage ihn gerade noch so. Darauf kannst du auch voll viele gute Sachen sagen. Ja, da ist eine Kamera. Ach so, du willst nicht so Sachen sagen. Nein. Okay. Dann denken die Leute, ja, ich bin pervers. Und das will ich nicht, weil das bin ich nicht. Denn ich bin da Räuber Hotzenplotz. Ich hab ihn da in der Hotzenplotz. Wie geil ist das denn? Ich glaube, der funktioniert. Also wer da nicht mit nach Hause geht, der hat keinen Humor. Wow. Das ist ein Zehn-von-Zehn-Spruch. Aber wirklich so ein Abhörner, dieser Dialekt. Sag das nicht. Es gibt Leute, die reden so. Können ja auch andere Leute gut finden, aber ich halt nicht. Hey, ich hab noch ein Geschenk für dich. Oh. Julia, wir kennen uns jetzt sechs Jahre. Hier ist mein Geschenk für dich. Ach, was ist das denn? Oh Mann. Aber das wäre doch nicht fertig gewesen. Guck dir mal den Stick vorne. Hä, wie cool. Spark. Oha, das T-Shirt ist voll cool. Das ist auch ein cooles T-Shirt. Dankeschön. Super. Wo kann ich das kaufen? Bei spark.store. Echt? Ist das auch in der Infobox? Das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Hä? Genau wie die Karten von der Tour von eurem Podcast. Ja, Joey, geht auf Podcast-Tour. Vielleicht bin ich auch auf einem Stopp einen Gast dabei. Das wissen wir alles noch nicht. Aber ihr könnt Karten kaufen. Die Nervigen gehen auf Tour. Danke. Bist du der WLAN-Router von meinen Nachbarn? Ich wünsche dir nämlich, du wärst so ein bisschen näher. Egal, ich habe schon ein bisschen einen Tee. Ich auch. So schnell. Ich habe halt wirklich drei kleine Schlücke genommen. Ich denke mir so, wuhu. Bist du eine englische Vergangenheitsform? Denn zwischen uns passt perfekt. Uh. Uh. Ey, ich finde den gar nicht so doof. Weil wenn man den zum ersten Mal hört, ist das halt so, ah. Ich finde aber, es ist trotzdem cringe. Ja. Aber es ist so ein, oh, cringe. Ja, genau. Aber ich möchte an der Stelle die Gelegenheit nutzen, um mal ganz offen zu reden. Okay. Wir kennen uns ja jetzt schon länger. Und ich möchte an der Stelle ganz klar sagen, ich bin Möbelpacker. Ach so, das wusste ich gar nicht. Kann ich denn dir beim Ausziehen helfen? Bitte nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich dachte, ehrlich gesagt, dass du Gärtner bist, weil deine Gurke ist so lang. Ey. Es ist völlig gut, wie ihr seid. Und es gibt ja auch Leute, die wirklich sehr. Ja. Und man kann so viele andere Sachen machen, die Spaß machen, dass das auch okay ist. Ja. Weißt du, wie lange wir uns schon kennen? 2018, weil der Hate-Kommentare-Song ist 2018 rausgekommen. Und der geht im Moment übertrieben viral auf TikTok. Voll krass, ja. Richtig crazy. Ja, der war im Januar 2018. Das heißt, wir kennen uns jetzt praktisch sechs Jahre. Ja. Und nach dieser langen Zeit wollte ich dich fragen, bist du Medusa? Denn jedes Mal, wenn ich dich ansehe, werde ich hart. Oh. Seit sechs Jahren. Seit sechs Jahren, jedes Mal. Ich dachte, das ist jetzt der Augenblick, wo ich es einmal sagen kann. Weil es ist auch belastend. Es schränkt ja auch einen im Alltag. Ich meine, es ist was Besonderes, dass das immer so ist. Aber, weißt du, zwischen Heroin und dir würde ich trotzdem immer dicht wählen. Babygirl. Babygirl kommt da noch? Wer lebt ihr schickt denn sowas ein? Babygirl mit U. Ich bin U. Ich finde, man kann in jedem Spruch am Ende Babygirl hinten ansetzen. Es wird nur besser. Also, merkt euch das auch für eure Sprüche. Immer Babygirl. Okay. Sag mal eine Zahl von 1 bis 10. 1. Falsch. Zeig Titten. Hä? Ja, da muss ich wohl Titten zeigen. Oder kann ich vorher mir noch einen Wein einschenken? Wir wollen ja nicht verdursten. Wir brauchen Flüssigkeit und Essen. Wir brauchen was Flüssiges und was Hartes. Ich habe nichts gesagt. Das war nicht mein Spruch. Der kam von dir. Aber bist du ein Handschuh? Wie glaubst du, geht es weiter? Egal, was du gerade denkst, ich kann es toppen. Weil ich möchte gerne meine Faust in dich stellen. Ja doch, ich hätte jetzt auch sowas gedacht. Excuse me? Eine Faust, Julia, als ob du nicht schockiert wärst. Ja okay, du bist nicht schockiert. Doch, nein, also. Okay, cool. Das hat jetzt noch nie... Ey, hast du noch nie ne... Also, hast du noch nie ne... Verabsch... Ich bin unschuldig, ich habe nichts zu tun mit diesem Crazy-Schliff. Aber wärst du ein Furz, weißt du, dann würde ich meine Arschbacken so krass zusammenkneifen, damit du mich nicht verlässt, weil ich es wirklich richtig schön mit dir finde. Ohhhh, wenn wir so fein sind. Machst du das auch, dass wenn du pupsen musst, aber du möchtest nicht, dass es jemand hört, du möchtest ein Silent Furz machen. Und wenn du so die eine Backe so ziehst, dann hört man das auch. Ja, du kannst das auch schon alleine nur so machen, indem du dich nur so anders... Also, indem du so auf den Stuhl deine eine Arschbacke draufpresst und dann... Das ist total schön, weil ich sitze im Office neben Lisa und Lisa kann nicht riechen. Ich dusche mich halt auch nicht, ne? Ich weiß, ich rieche das. Du merkst das. Ich kann riechen. Du merkst das, ja. Du weißt, ich glaube, das letzte Mal, das ich geduscht habe, war 2018. Stimmt, da hast du noch ganz gut gerochen. Genau. Und dann wird es irgendwie jedes Mal, wenn ich dich gesehen habe... Es ist schlimmer geworden, genau. Aber, willst du Poker spielen? Ey, warte, stopp. Du stinkest. Es geht wie duschen. Das hast du gerade gezogen. Das hab ich gerade gezogen. Hä? Wie magisch ist denn diese Bowl hier? Das ist krass, ne? Ist ja komplett magisch. Ey. Wie hast du das gemacht? Weiß ich nicht, Digga. Er ist sehr gut in Anmachsprüchen auch. Sind alle auch von ihm, ne? Genau. Ich hab zwar gesagt, ich ruf öffentlich auf, aber eigentlich hat Jakob die alle geschrieben, weil er ist halt der Meister. Ich seh ihn ganz oft auch, wenn ich so durch die Stadt laufe, wie Jakob da steht und so Anmachsprüche droppt. Ich bin der Ahringer. I'm rock. Ich bin der Ahringer. Und er geht mit 20, 30 Frauen nach Hause. Also die sammeln sich dann auch mal hinter ihm und das ist wie so kleine Küken, die hinter der Entenmama hergehen. Ich bin der Ahringer. I'm rock. Ich bin der Ahringer. Ich bin der Ahringer. Von der Ahringer kann man es ja sagen. Schön. Ja, also es sind auch richtig gute Anmachsprüche. Der hat so viel Game, das ist unangenehm. Aber willst du Poker spielen? Naja, was? Du könntest mein Ass, Ass haben. Das funktioniert schriftlich glaube ich besser als zum Aussprechen. Weil geschrieben ist Ass und Ass gleich, aber gesprochen halt nicht. Die Leute checken das schon und man braucht sich ja auch nicht so dumm stellen und so. Ja, trotzdem ne. Weil man muss so umdenken. Man muss dein Glas auch austrinken. Ich helf dir. Danke. Ja. Aber ich bin ganz gut drauf. Bist du drunter? Nice. Ey, aber ganz ehrlich, ganz kurz. Das funktioniert andersrum besser. Weil wir wissen alle, ihr Frauen haltet nicht lange aus oben. Ohhhh. Entschuldigung. Facts ist so. Wir wissen alle, dass ihr Frauen oben nicht die Kondition habt, die ihr erwartet von uns. Ohne Spaß. Ja, ohne Spaß. Ja. Ja. Deswegen finde ich es so toll, ne Frau zu sein. Weil man dann so Pillow-Princess-mäßig liegen kann. Ja. Und der Typ macht die Arbeit. Wenn ich drüber nachdenken müsste, dass ich diese Zeit lang die Arbeit machen müsste, auf die Art und Weise, wie der Mann es die ganze Zeit macht, so anstrengend wie es ist, wenn man da oben drauf ist. Ich wäre so schlecht. Alle würden sagen, ich bin schlecht im Bett. Wahrscheinlich. Haltet euch das bitte alle vor Augen. Alle passiven Parts. Respekt. Wirklich Respekt. Haltet euch vor Augen, dass der aktive Part körperlich angestrengter ist. Das Ding ist. Ja. Obwohl wir uns halt jetzt schon ne Weile kennen. Wir haben schon viel gequatscht. Aber ich weiß halt immer noch nicht, ob du wirklich schön bist. Weil Schönheit kommt ja von innen. Und ich war noch nicht in dir. Schön, dass wir das jetzt aber auch endlich mal geklärt haben. Was haben wir geklärt? Dass du noch nicht in mir drin warst. Achso, als Betonung nochmal. Aber glaubst du, es denkt noch lang? Nein. Das war doch mal ne Zeit lang. Kennst du doch dieses Video, wo du gefragt hast, mit wie vielen YouTuber ich schon geschlafen hab? Ich sehe das immer noch regelmäßig auf TikTok, diesen Ausschnitt. Und da interpretieren Leute immer noch, ja, Rezo und Ju halt, ne? Nein, 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 nein. Weil ich jetzt weigern. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Das kann ich an der Stelle sagen. Weder Ju noch ich. Man weiß nicht wer. Aber definitiv nicht wir beide. Genau. Aber ich finde, wir sollten langsam mal zum Dessert übergehen. Ich hol das Dessert. Warte, nee, der Ober holt das Dessert. Danke, es hat sehr gemundet. Es war ganz fantastisch, Herr Ober. Vielen Dank, es hat ein sehr gut geschmeckt. Es war nur leider ein bisschen zu viel für mich. Wir warten das Dessert ab. Oh, Digger. Sind die vegan? Natürlich. Sonst hätte Pia die nicht mitgebracht. Was, was möchtest du denn? Das sieht doch schön aus. Dankeschön. Und ich nehme das da. Okay. Cheers. Cheers. Zunächst kleidet er mit einer prägnanten Süße aus. Mh, wiederkommen. Ist okay. Mhm. Ich mag dich eigentlich auch wie mein Donut. Mhm. Mit Füllung. Ich mag dich auch wie mein Donut. Mit so einem Loch. Ich finde, das war ein schöner Abend. Also ich habe es wirklich genossen. Mir geht es jetzt gut. Das ist ja auch das, was so eine Freundschaft ausmacht. Dass man mal redet. Auch mal ein bisschen Wein trinken. Morgens, Mittags, Abends. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked doch. Und kommentiert doch. Und guckt doch bei Julia vorbei. Weil wir haben safe auch bei Julia Sachen gedreht. Da könnt ihr einfach mal reinklicken. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.